Und damit herzlich willkommen an alle Chikos und Chikas da draußen, der ist geil, der ist im Start, genau wie er in Kalorona. Let's play Aragon. Was ist letztes passiert? Brum ist gestorben. Nein, Brum, die Alte ist okay. Tja, der existiert an ihm mehr. Schauen wir eigentlich. Aber was wir noch machen, jetzt haben wir Montag an unserer Seite. Ich muss mich gerade mal richtig hinsetzen. Es ist so. Das Mikro ist auch ein bisschen schief. Egal, wie wäre es so? Flirt aus Gidead. Ja, ja, das kennen wir alle. Oh, es ist, äh, Entschuldigung. Gleich solche Aufnahmeschwierigkeiten hier. Scheiße drauf. Wir starten direkt rein und mit normal weiter. Kein Problem. Digga. Wir müssen mal gucken, weil ich mein Aufnahmprogramm verfälscht ist immer mit der Geschwindigkeit von dem Spiel. Sprich, das verschiebt sich mal irgendwie ganz krass. Schönes prassendes Feuerchen. Ja, da los. Dutzer hat seine Armee entfesselt. Wenn wir sie hier nicht aufhalten, werden die Bargen nicht überleben. Das weiß der jetzt schon. Aufpassen! Herr Drachen kommt! Saphira, pass auf! Sie sollten auf der Hälfte. Die kann doch gar kein Feuer spucken. Ah, 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 ah! Die kann doch gar kein Feuer spucken. Das hat sie doch erst wieder gelernt, als wir gegen Dorsos direkt ankämpfen mussten. Egal, Dorsos Armee will die Waden angreifen. Fändigte so viele Feinde wie möglich. Feuer brandet in mir aus. Skulli! Man kann ja auch, was ich machen soll. Ach so. Oh, Saphira! Schieß! Hala! Was muss ich jetzt anmachen? Hier, volle! Ist jetzt doof, weil jetzt natürlich alle Beine oben sind und ich gruse die Runden irgendwie durch die Gegend. Oh, da ist ja noch so was laus. Bin ich auch wieder hoch? Ne, irgendwie komme ich jetzt nicht mehr hoch. Wer sagt mir denn, wenn ich genug habe? Wer sagt mir das denn? Ja, aber was für ein Feuer? Wie kannst du denn Feuer sparen? Ich habe keine Ahnung. Fein. Wir wollen die Waden angreifen und haben ihre Dinosu da oben positioniert, weißt du? Ob auch wenig Sinn. Feuer! Feuer! Nein, soll ich! Oh! Dann kann ich nochmal langsamer werden mit X, ne? Ah, ja, genau. Ich will den angreifen. Ach, ja, genau. Was soll man, wenn es in die Jahre von Kilometern weg ist? Eieieiei, das muss man wieder zusammen haben. Nein, Schluss. Bam! Da reicht es noch was mit. Das ist gar kein Problem. Das muss ich wahrscheinlich batschen hier. Die Hände haben versagt. Was für ein Blödsinn ist das denn? Ja, super. Wie kann ich das hier rausfinden, dass ich jetzt da gewinne oder verliere? Wie ist das denn? Das steht aber neben. Greift doch das Ding da oben an. Verdammter Mongo. Alles, ganz cool, ganz cool, das machen wir. Guck mal, schieß alles daneben. Oh nein, schon wieder. Geht's auf hier auf. Frazen. Geh nicht Gas geben. Ach, jetzt kann... Ah! Haha! Kollege, jetzt wird es noch jemanden. So. Ja, das macht natürlich die Sache komplett einfacher. Ja. Ja. Ja, jetzt wird es noch jemanden. 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 Da hat der Führer dazu gehört auch. Wie das schlecht ist. Nein runter, runter! Wir haben kein Problem, wir haben kein Problem. Nein, hat es nicht. Das ist alles Null. Wir kennen auch nichts hier, ihr Scheiner. Problem ist nur, dass ich fast dauernd bin. Was habe ich denn falsch gemacht? Was muss ich denn noch machen? Das erste Level, ich habe schon keinen Bock mehr. Fortsetzen nochmal! Leck mich doch! So, Armee, weiter mit A. Ja! So! Komm, jetzt noch im Arsch! Ja, das ist doch! Drachenmäßiger Style, Alter! Mann! Ich muss auch aufpassen, woher ich hinfliege! Ich trete sich die Sonne aus der Höhe! Ja! Make it real, Safira! Hätte ich keinen auf! Wollt ihr jetzt ausweichen? Ich trete sich die Sonne aus der Höhe! Make it real, Safira! Hätte ich keinen auf! Wollt ihr jetzt ausweichen? Schnell ist am lieben! Hey, kein Problem! Die hab ich jetzt! Ey, komm! Müsst ihr uns das verraten? Ja, genau! Oh, war jetzt auch voll logisch! Oh, war jetzt auch voll logisch! Was für mich jetzt hier alles musikieren muss, ey! Guckst dir an! Jetzt attackiert mich schon wieder! Warum? Was mache ich falsch? Was muss ich machen? Muss ich jeden mit einem Schuss fütten, oder was? Ich hab doch keine Ahnung, was ich da machen soll! Ja, komm! Ich hab's kapiert! Ja, deine Flammen sind schön, Safira! Ich find deine Flammen auch richtig schön! Ausweichen! Okay, whatever! So, Fressen! Das ist so neu! Ich habe aber wirklich keine Ahnung, das zeigt mir mal was an, ok, das sind Feinde vermutlich jetzt mal. Was ist das hier? Der Schlepp ist eingefunden, aha! So, ich habe... Ich muss das alles vermichten, habe ich das Gefühl. Ich habe... Oh! Außer hier! Außer hier! Gut, das läuft schon mal ganz gut. Ja, genau. Ey, jetzt komm! Man kann sich aber jetzt irgendwo wieder anstellen, ey. Da sind wieder drei Pixel oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was ich davon attackieren muss. Weil es verdient ja irgendwie nichts Leben-mäßig hier. Irgendein Geschütz muss als erstes dabei werden. So, ja. Will ich ja? Na? Wer hat das überhaupt? Was ist denn die Ausfahrung? Wunderschönen? Wie? Ahoera! Ich hab keine Ahnung was ich hier mache Leute, wie man jetzt gerade so ein bisschen scheiß anbinden, aber ich versuch gerade das Saphira ist schon wieder fast da, aber nein. Okay, ausreichen, ausreichen. Ich könnte mal, ja, jetzt weiß ich, warum der Ohr anders liegt, weil der Saphira jetzt mal so gut wie er down ist und deswegen, okay, verstehe jetzt. Okay, jetzt macht's bei mir Klick. Jetzt geht's los. Jetzt, jetzt hab ich's verstanden, Leute. Glaube ich, zumindest. Äh, das ist aber... So, warum hat er jetzt hier schon wieder Leben verloren? Warum hat er jetzt hier wieder Leben verloren? So, warum hat er jetzt hier wieder Leben verloren? Warum? Weil ich durch das eigene Feuer wahrscheinlich fliege ich die ganze Zeit. Ja! Oh, hab ich schon wieder grad einen Hastfliegel hier? Jetzt gar nicht. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert und deswegen krieg ich jetzt erstmal richtig aufs Maul. Warum hat er das so gemacht? Jetzt soll ich kein Leben mehr oder was? Ist klar. Fickt mich bereit. Das macht mir jetzt schon wieder so keinen Spaß mehr, Leute. Diese halbherzigen Fluganimation, das muss nicht sein. So, die stellen jetzt auch weich. Einmäßig, Schuppenjunior. Ist mir egal. Kommen wir mal in zwei Stunden wieder. Dann werde ich vielleicht fertig. Guckst du an! Bringst du noch? Ich kann nichts anderes machen außer das. Wenn ich runterdrücke zum Feuerspein, passiert genau das hier. Die fliegt runter. Aber das bringt mir doch nichts. Warum fliegt sie runter, während ich Feuerspein? Ich kann nur nichts anderes machen. Ich kann nur das eigene Feuer fliegen. Ach, jah, Mädel, ja. Runter, 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 runter. Ich will da schon wieder verstaunen, nur weil sie wegen jeder Kleinigkeit irgendwo gegenfliegt hier. Mein Gott, das muss jetzt alles zerstören hier, oder was? Oh, 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 oh. Ja, nee. Das hätte es echt nicht mehr sein müssen jetzt. Nee, das ist doch so gut. Was ist das für mich? Es tut mir leid Leute aber Es wird heute nichts mehr Kommt in 2 Stunden nochmal wieder Dann hab ich es geschafft Ja kein Problem Ich werde jetzt die ganze Aufnahmesession jetzt nur mit diesem Scheißchen machen Oh Leute ich krieg Mann Wenn sie sich auch mal wesentlich besser fliegen lassen würde Aber die knallt ja gegen jeden kleinen Pixel Ja Es sind jetzt 3 Kilometer im Abschnitt gewesen Ich hab schon wieder Leben verloren Warum? Ich mach doch nix Ich mach doch nix Boah diese halbherzigen Scheißsachen immer nur ey Die braucht kein Mensch Ja leid ist mir scheiß egal Mach hinne Ich kenn die Kacke Mann hier Vorsicht Klippe Da ist schon wieder Leben verloren Keine Ahnung warum Ich hab's einfach Ich hab's einfach Getroffen Mit nix Ich habe nichts davon getroffen Das glaubst du auch selbst nicht mehr Ich fühle Feuer in mir Da Ich bin Feuer ausgewichen Was passiert? Ich verliebe Ich verliebe Feuer Ach Leute Diese billige Animation Okay Höchste Konzentration jetzt Vorsicht Was passiert? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Ich bin Feuer Boah Saphira 13 Kilometer Muss jetzt schon Abstand nehmen Sonst wird das nix mehr Da Irgendwas Sag mal hast du gegen Bist du gegen Luft geflogen? Sie sind jetzt Gebirge geflogen Das war's, dass man das Öffnungen auffühlt.